was geht ab leute ich bin's wieder euer max und zwar pyro boss gaming boss gaming play jetzt haben wir endlich den namen und was ich euch zeigen wollte heute will ich euch zeigen wie gratis wie box kriegen können spaß leute spaß beiseite gratis wie box auf meinem server könnt ihr gerne mal join wenn ihr wollt ihr müsst einfach nur dem panda grabung 411 also als freund hinzufügen 411 ja er tretet jetzt bei also das ist ja lieber alles zucker und dadurch kommt ja immer auf meinem server das ist nicht so das ist nicht so das ist nicht so das ist nicht so dass er einfach die nummer eintippen müsst und die port und server ip und dann trittet ihr tritt ihr bei nein ihr müsst ihn als freund hinzufügen und er hat jetzt auch einen eigenen server grad noch in bau ist dazu kommt dann eine zweite folge und zwar zocker base die will ich heute auch noch raus bringen also weil morgen ist silvester da gibt es oh leute weiß ich werde das video natürlich da sehen wir es auch schon wer mein trailer gesehen hat genau den zwei stunden hier sieht man es geht einfach warum ist ja eigentlich warum habe ich hier denn lächer leute kann mir das mal einer sagen ich habe keine ahnung leute das baum immer ganz schnell noch zu so leute da können wir uns das mal schnell und bauen das hier schnell wieder zu was habe ich heute vor im prinzip ist es ganz einfach was ich vor habe ich will einfach dass ich ein bisschen auf meinem server zocke so wie ihr es ja natürlich auch gesehen habt er ist auch schon beigetreten wie ihr gesehen habt und wer morgen bei dem live stream dabei sein will wo ich das ganze hier live streamer das ist nämlich die silvester warte ich warte ich weiß gar nicht ob man das gerade gehört hat schreibe ich mal direkt ja habe ich gesehen live von schreibe ich einfach mal ganz schnell noch hin von sechs bis acht uhr also wer gerne dabei sein will es ist live das ist nämlich die silvester party silvester party 2018 20 20 19 warum noch mal verlassen das ist nicht so schlimm ja magma block habe ich doch jetzt ehren aber auch diese lanterne setzt sich so schlimm so aber dazu das ist ja wohl nicht so schlimm ja das ist nur die lobby 2 zockerbude.net warum hat er das mir gerade angezeigt hä ja leute mein server hat gerade eine meise und warum hat sich der block jetzt geändert ja das ist bei dir so so ihr seht hier um eine kleine außenwelt ähm zu zeigen wie diese äh überhaupt aufgebaut ist hier sieht so richtig krass aus mein lobby meine lobby die ist das ne und wenn ich jetzt hier außen gehe oh mein gott sieht man direkt diese kabellage die geleitet ist jetzt muss ich kurz den startknopf suchen leute ich glaube ich hab noch gar keinen du hast mal den startknopf immer gemacht weshalb aber ich glaube bei dieser leitung nicht weil die so schwer war aber ich glaube das ging doch hier oben irgendwo okay ich hab keine ahnung oh leute ich hab keinen startknopf ich fang den einfach hier an würde ich sagen da kriegt nämlich jeder spieler ein random ja irgendwas random den gönne ich mir jetzt mal und tipp den jetzt einfach mal hier zack und ihr seht wunder generiert an spieler und dadurch kriegt jeder der gerade auf dem server ist einen block ach hier ist der wunderblock einfach nice ich hab dafür wirklich sehr lange gebraucht und dieses block platziert block platziert block platziert das kriegt ihr natürlich nicht und ja ich habe gehört dass es bald neue schilder geben soll da wollte ich mal schnell gucken ah hier gibt es die leider noch nicht ich hab gerade eine nachricht bekommen die werde ich mal ganz schnell lesen die kann ich jetzt leider nicht antworten generiert wieder an mir und wie gesagt ich hab wirklich sehr lange an diesen server tagtäglich gearbeitet und wir spielen natürlich auf lobby 1 erstmal und ihr seht jetzt die kopfe alles klar so da ist er auch schon und jetzt ist leider mein ja wie findet ihr sein skin mega nice und wie gesagt wer hier live dabei sein will auf dieser party die hier gefeiert wird bis zum geht nicht mehr wer warte ich mach an einmal ich mach schon oder mach du ja ja mach du die Leute müsste es ja bei dir sein deshalb schau dich diese party einfach an er wird hier von dieser perspektive einmal filmen dann von dieser perspektive dann von dieser perspektive dann von dieser perspektive dann mal von da oben also es wird mega nice diese party morgen und ja schaut euch das einfach mal an nochmal du hast da vorne jetzt keine rakete reingemacht sondern diese feuerkette genau ich kann es euch nochmal zeigen mach mal boom leute einfach so richtig krassen ok reicht hör auf sonst muss ich das nochmal auffüllen was ist alle nein lass mal jetzt doch nicht so ähm das soll es auch gewesen sein dann fangen wir mal an zu zocken dafür muss ich mein game mode einmal ändern und zwar in game mode ah war das erstmal so los gehts Leute wir fangen an bei lobby 1 wo bist du ich bin hinter mein Haus hast du bist du ein kreativ ey Junge ja na ich komm dafür muss ich kurz zum pvp rein so jetzt komm los gehts hä? mach mal nochmal hauen ok reicht na guck mal bei dir bewegt sich das die Hand in der Leuchte ja so wie ein Stein ok los gehts ich würd sagen wir gehen als allererstes zu pvp und machen das dem Fliegel warte mal du hast eins du hast eins würdest du sagen ich fang an ich mach das jetzt auf Specs schiefes easy cheesy ja ich versuche halt ordentlich zu landen oh mein Gott ja da bin ich mal diesmal nicht ordentlich zack jetzt warten wir auf den lieben alles zocker ok ich bin nix und ich bin nix ihr könnt euch auf jeden Fall meinen Server mal ich hab nix also für Mobilgeräte ist das so nicht geeignet warte ich komm gleich nochmal warte ich komm gleich nochmal wie du kommst gleich nochmal ich will nochmal ich will nochmal ja schnell das soll jetzt hier nicht wieder so ein Stundenvideo gehen ok noch 4 Stunden ja dann Pech dann ich bin kein Operator ja keiner ist jetzt grad Operator warte Grafik hier ist doch jetzt egal komm jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und zwar ich bin kein Chanc und zwar kommen wir zum nächsten und zwar zu den Items Regen Items Regen Items Regen ist auch ein mega gasses mega krasses Spiel da gehen wir jetzt als nächstes hin Ok Items Regen ist wirklich das Spiel was hey was machst du denn jetzt das wollten wir danach also ich würd sagen wir gehen als erstes hier rauf auf ähm tributieren wer so was mach ich denn ich bin komplett durch so ähm ich geh jetzt ganz schnell nach oben Leute denn was hab ich denn jetzt gemacht ich muss das erst regenerieren und wer die meisten gesammelt hat da hat man auch Kisten halt dafür muss ich das ganze jetzt erstmal schnell aufwählen Leute ach Leute ich hätt mal vorher nochmal weil ähm ihr könnt euch auch als Supporter bewerben wenn ihr wollt natürlich nur wenn ihr wollt ihr müsst nicht ich mach jetzt mal den Blumschall und ja wer die meisten gesammelt hat da hat man auch Kisten halt äh kriegt dann äh ein Gewinn und der Verlierer muss vielleicht sein äh Plot clearn oder hab ich wer war hier schon was drin ne ne ich will das ja immer in der Mitte das muss das muss ordentlich sein ja soll ja ordentlich sein es gibt doch bei dem Wettbewerb wer den besten Server hat der Welt da muss ich natürlich mit drin sein die Musik CD des Jahres ich glaub das war die schlechteste da ist ein Einkaufsland drin so oh mein Gott wer so viele Dias hat bei meinem Server der ist der ist reich nein da hab ich schon ne hab ich halt nicht so Leute auf jeden Fall zocken auf meinem Server wie sagt ihr äh müsst ihr ihn hier als Freundin zufügen und dann könnt ihr auch schon zu gleich oh sorry ja ich bin auch krank ähm jetzt gehen wir hier nochmal rauf und dann hier und gehen hier nochmal rauf und genau ein Stack hat mir natürlich gefehlt und wer diesen hier kriegt ist der wahre Champion Leute sonst gibts immer ein da kann man entweder ohja das wird das wird krass Leute wer das kriegt der hat leider Pech ja voll viel Spaß bei Gaming Play abonniert Gaming Play abonnieren so und wer das kriegt ja der ist halt ein bisschen langsamer beim aufsammeln würde ich sagen und Leute das wäre dann alles gewesen das wollt ihr mit dem langsamer wollte ich schon mehrmals einfügen und ich würde sagen auf die Plätze fertig los geht's oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott los geht's los geht's der kann nicht schmeißen der kann nicht schmeißen nein nein hat er sich den ersten mal selber gegönnt ah nein also ich glaube ich hab schon längst gewonnen ja wow ich komm ja nicht zu topen das kommt danach in die Truhe erstmal chill mal ich mach's erstmal hier so Leute das ist auf jeden Fall mein Server was machst du denn ich hatte leider nur noch einen krass Leute das ist auf jeden Fall der Server was würde man dazu sagen und jetzt mach ich mal was richtig richtig krasses das dürft ihr auf keinen Fall nachmachen hallo einpacken und dann verbleiben weit ist es soweit Leute ist übrigens jetzt ein neues Item das könnt ihr euch jetzt nämlich auf meinem Dings besorgen auf meinem Server wenn ihr nämlich morgen dabei seid das ist ein limitiertes Item Team 1 wo hast du das ja noch reingepackiert ja mal sehen hast du auch schon was drin ey klau dir das nicht von meinen hallo eins reicht ja wohl jetzt komm so der Gewinner ist ja klar deutlich ich weil ich auch am hier hat der Gewinner ist eigentlich klar weil ich hatte eh das meiste jetzt gibt es nämlich eine Bestrafung Leute die gönne ich mir mal schnell hier hm ach Leute ich hab mir ist mal grad so also ich hab grad so richtig schön Bock äh dir was zu geben mal so dann krieg ich das auch so hin ne haben sie gefixt ok hm ich geb dir mal so richtig krass äh die kann sich jeder hier gönnen äh dann geb ich dir so ein richtig krass ich glaube effekt Leute Player ja mach mal das an Panda Burg ne falsch geschrieben Leute erst mal falsch was mach ich denn da hä warum schreibt denn der jetzt überall und nirgends hin aber nicht da wo er soll so so Panda Burg hey der hat doch schon wieder warum schreibt denn der ständig was denn der schreibt da immer Hu hin Panda Burg hat er hat er hat er ne ne du weißt nicht Panda Burg Panda Grabung 411 311 dann kriegt er den schönen Effekt ja Instant Damage Leute, was wollen wir ihnen geben? Ja, wir wollen ja nicht so komplett übertreiben, also machen wir einfach mal Now Sehr, ich weiß jetzt wohl nicht, was er kriegt dafür, aber Wow, wir sind übel Damit wird ihnen jetzt übel und das geben wir ihnen jetzt ein paar mal, Leute Dass er das auch für 30 Sekunden kriegt Ach, wir können ihnen sogar die Sekunden geben, fällt mir gerade ein Das geben wir ihnen einfach mal Ja Aber das geben wir ihnen für 200 Sekunden, damit sollte er zufrieden sein So, damit kannst du auch besser spielen Und los geht's, oder? Also wenn ihr wüsstet, wie es gerade bei ihnen aussieht, ich kann es mal, ich gebe mir das mal für 10 Sekunden, Leute, damit ihr seht, wie das aussieht Fliegen? Ne Perfekt Hallo, wie, ey, bleib doch mal hier jetzt Das soll nicht wieder eine Stunde geben, wie ich auf Mainzer wird Wir zocken jetzt noch drei Games Ja, das ist schön Ah, so schön Ich kann ihn auch sehen Was? Ich kann ihn auch sehen Warum? Ich bin gestimt Keine Zielein Oh, Leute, bin ich dumm Ich kann mich mal zu dir also so sieht das ganze so aus halt als bestrafung ist ein klitzekleines bisschen schwierig also wenn ihr denn so bei vorsicht lava springen müsst wir können das mal gleich versuchen eine challenge mit übelkeit über vorsicht lava oder wir machen jetzt mal eine challenge bei vorsicht lava genau vorsicht lava gehen wir mal direkt rein komm mal her das mit übelkeit erstmal für mich 200 sekunden und jetzt für dich 200 sekunden was machst du denn jetzt so mein gott also wie soll man denn nicht hierbei oh mein gott oh mein das ist viel zu schwierig nein ich sollte mich mal wieder ein überleben game oder oh mein nein das ist ja mal ultraschwer darüber so zu springen ich bin gleich weg aber ich hab's noch geschafft hast runter achso tp du musst bei mir bleiben so hier wirst du schon doch wir müssen das jetzt zu ende spielen alle leute das müsst ihr nachmachen wenn ihr das auch machen wollt könnt ihr auf meinem server spielen fast gestorben ja macht das mal zu ende überlegt mal was ich bin gerade fast gestorben aber ich bis jetzt klappt es ja generell recht gut oh mein gott nein da ist die truhe da war die scheiß truhe das ist eine verarsche guck doch mal wie sie mir schön angelächelt naja das wäre das wäre dann aber als auch das spiel gewesen und ja weil er das jetzt noch mal spielen will dann mach mal ein bisschen schneller gehen wir mal noch mal kurz auf pvp leute denn danach kommen noch zwei spiele vorsicht labern oder oder gebe ich mir noch mal hier für 200 sekunden diesen geilen effekt ich warte erst mal bis der effekt erst mal der effekt muss erst mal richtig krass kommt schaut doch mal wie krass das einfach wackelt das habe ich nicht gebaut hast du gebaut oh mein gott nein nicht schon wieder nicht doch du kriegst die das siehst du bloß nicht was ist denn jetzt los so leute vorsicht labern also mit diesem effekt ist das wirklich viel zu krass ich fange jetzt mal schon wenn der effekt los geht an hast du es endlich geschafft oh mein gott hier direkt dann komm selber lieber oh mein gott vor allem das wackelt alles bald gibt es auch ein neues spiel und zwar der wasser mode und zwar wabbel wackel nein 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 was bin ich denn für ein voll idiote das ding ist es borne immer dabei lobby zwei weil ich da am meisten zu tun habe da kommst du Leute das machen wir jetzt ein letztes mal und danach gibt es noch zwei spiele damit das video jetzt nicht so lang für mich erstmal und dann jetzt für dich nochmal effekt 200 los geht's oh mein gott ich habe jetzt nein ich rutsche einfach jetzt sogar schon aus was bin ich denn für ein vollidiot wenn ich nicht mehr sterbe weiß ich auch nicht du hast kreativ modus das geht nicht hat er wirklich nicht wie schnell kommst du da bitte rüber okay das erste du hast jetzt steht 11 das steht 11 vielleicht schaffe ich es ja auch noch oh mein gott ich war trotzdem 11 steht es trotzdem ja weiß ich doch oh Leute geschafft hast du auch noch den effekt hier so da müsste man sich jetzt das nehmen jetzt müssen wir ein zurück ne ist egal du hast ja trotzdem gewonnen es ging ja da da ist also los dafür da gewinnt jetzt keiner aber ich versuche jetzt so richtig durchzütteln ok hat nicht geklappt die nächste lobby war eh lobby 2 also da bin ich auch schon und zwar spielen wir das spiel fort in der battle royale ich hab's geschafft krasse sache also als erstes spielen wir das fort in der battle royale dann spielen wir ja ich hab geschummelt dann spielen wir ich hab geschummelt was benutzt du denn ständig du hast ne scheiß enderperle kann das sein ok ne er hat auf jeden fall hat er es geschafft er hat nicht geschummelt er hat nur einen kleinen trick ich hab einen prank alter nein er hat er hat nicht geschummelt er hat es auf jeden fall geschafft und dafür ja genau er hat mich gerade geprankt ich bin dann fast ausgeheißelt als erstes spielen wir fort in der battle royale dann springen in den grund dann tnt one also wir spielen dann noch die drei und ich würde sagen verstehst du das alter ist mir übel los gehts Alter ist mir übel ihr seht schon den bus alter der ist mega nice boom leute wenn ich mir übel kalt spiele deine übel kalt ist ja passen so skin 01 die kann man sich noch nicht nehmen nur nochmal ich gönn mir mal yo leute hier bin ich nochmal zurück ich hab euch gesagt wie ihr gratis wie bugs kriegen könnt ihr geht zu diesem wie bugs automat der version 1.0 hat und gönnt euch gratis wie bugs dann gönnt man sich hier flügel die habe ich schon und ich würde sagen bist du bereit bist du bereit den kannst du noch nicht nehmen wie viel hast du dann bezahlt nichts junge bist du nicht ganz dicht yo leute hier bin ich nochmal euer anderen chris ihr kriegt jetzt gratis wie bugs ganz ohne scheiß abonniert mal den typen ich weiß gar nicht ob das den überhaupt noch gibt aber abonniert einmal den typen ok bist du fertig los gehts es geht los du bist ja lustig ich hab gesagt ich brauche euer anderen schreit oh mein gott warte ich tippe dich ich tippe dich ich tippe dich oh mein gott komm schnell komm schnell komm schnell komm schnell yo oh mein gott oh mein gott ich hab essensverlust essensverlust essens alter leute das ist übrigens fortner batteryer von mir oh mein gott oh mein gott ah leute das geht ja mal richtig ab im fortner batteryer hier ist ein schild hier ist ein schild was steht da was steht da nichts was ist das ich bin einfach tot also das war ein bisschen zu krass erlebt noch aber ich tippe ihn jetzt mal hierher weil das hat sich jetzt auch erlebt so als dieses spiel für spring in den grund stell dich da als ich hatte es euch schon mal gezeigt aber wir wollten einfach mal eine runde zocken hier auf dem server als zum abschluss so bist du da da bist du ja und los geht's 3 2 jawohl so ich mach das jetzt mal ein bisschen aufpassen wegen dem leben ich würde sagen das ist das letzte spiel als wir noch die 30 minuten schaffen also dass wir das noch auf 35 schaffen oh ja jetzt hat es jetzt hat es gerade noch ein bisschen geklappt dass wir das so auf bisschen so einer anderen Lebensperspektive hier kriegen hä? ich dachte gerade jetzt runter auf auf easy also dieses halbe Labyrinth ging es nicht da runter? ach hier gab es zwei Öffnungen ich weiß nicht was so ich bin da bei dir und er regeneriert sie hat sein Leben aber wir sind nicht so eine Weicheier oh mein Gott das war ein Fehler von mir Leute jetzt sind wir gleich da da unten ob wir es noch schaffen dieses Spiel durchzuspielen ich gebe euch natürlich weitere Infos wenn ein Update auf mein Server kommt ich Since ich glaube der Hockey trifft ich bin so nett Boah Leute ist echt schwierig da So ich habe auf jeden Fall jetzt volle Leben er sollte so ich habe volles leben jetzt gibt es nämlich noch mal runter die öffnung suchen ich glaube die war nicht da die hier jetzt geht es los leute darauf habe ich keinen bock so zackt oh mein gott jetzt müsste ich eigentlich warten dass ich jetzt nicht möchte ich tippen so da springen als nächstes und dann bleibt nur noch da und dann ist die einzige lösung ins wasser zu springen oder ich verkack komplett du bist du gerade ach du bist noch nicht los ich dachte bist gestorben dann hätte es aber auch gesehen da oben ist er gerade oh mein gott ich tippe dich einfach ganz unten denn so jetzt oh mein gott ich sehe nichts immer ins wasser mal sehen ob es schafft ins wasser aber jetzt springe ich hier kurz runter weil ich jetzt schaffe dann tippe ich dich direkt ja beide komplett verkackt noch mal rein da schnell ach du scheiße leute das ist echt das ist echt schwierig gemacht von mir das ist eigentlich das krasseste spiel was ich auf dem server habe ich hatte auch gerade zweieinhalb herzen so leute ich würde sagen das ist das letzte spiel weil sonst geht es uns geht es ein bisschen zu weit auf jeden fall sehen wir uns dann nochmal bei einem zweiten video und zwar auf seinem server in kooperation mit mir tnt one offline mache ich nächstes jahr tnt offline one seht ihr dann im nächsten jahr aber ihr seht ja morgen auch noch ein livestream von mir wo ich dann auch ganz gründlich nochmal sage tschüss ach so ja das ist ja nämlich die letzte rakete ihr seid natürlich ein abenteuer ihr könnt das dann auf grundstück auf euren grundstück nehmen auf eurem plot und ich würde sagen los geht's da wird nicht mehr lange redet jetzt einfach los da reden wir nicht mehr lange um den heißen brei sondern kommen direkt zu ihnen Leute ich überlege gerade eigentlich müsste ich ja dann nur oder wenn ich das jetzt schaffe nein ich raste komplett aus leute ich dp mich dann zu dir leute in der zwischenzeit fangen wir einfach weiter an Leute hört ihr diesen truhe geräusch den ich hier eingebaut hab ist gar keine truhe ist gar keine truhe ja doch sag doch nicht so ne wörter hier ja kann ich später mal machen später nächstes mal später ach da werde ich verkacken ne hab ich noch nicht schaffen so leute da ist ja gerade ich sehe ihn jetzt gerade ich muss ja grad leben aufhören und falls das schafft tpn wir uns zu ihr seht es ja auch im chat ihr seht es ja auch im chat wo die grad sagen ja moin so ihr seht ich hab ihn direkt ttp so ihr seht ihn da gerade wie er da ein bisschen auch noch leben verliert das ist dieses wo man oh ich hab ein prozent naja gib mal mein handy zockt der mit einem prozent handy hä zockt der mit einem prozent handy oooohh hallo hallo sagt heute zocken sagt okay leute ich würde sagen das ist das letzte mal wenn wir es denn nicht schaffen weiß ich auch nicht wie viel leben habe ich gerade hast es geschafft ein halbes herz der erste unten warte ich warte noch nicht reingehen ihr seht panagrabung herren level 1 in level 3 ist ein command block versteckt um folgendes breite zeiten sie war da bin ich schon gespannt ob ich den auch krieg ich krieg die schnauze ich krieg nicht nur wir tp uns mal zu ihnen wohin spinnen lassen wollen zu denen so jetzt gehe ich da auch noch mal rein so jetzt sind wir hier bei level 2 das schaffen wir auf jeden fall noch zu ende zu spielen naßen er übrigens noch mal zum thema asmr das ist das ich liebe es mit dem händen ich feiere diese asmr das ist einfach so entspannt ich hasse ich hasse das ich hasse dieses ding ich komme nicht durch ich ich weiß nicht wo ich ich weiß nicht wo ich hab's gefunden war ja sehr schön war dieses weißt du wie jeder einfach das aufgemacht hat ne ich hab's gefunden so jetzt sieht man hier jetzt muss man hier den ganzen jetzt muss man hier durch 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 und dann geht es hier auch schon los würde ich sagen also hier ins wasser zu kommen ist wirklich unnummer schwer leute das könnt ihr mir nicht glauben übrigens das bei seinem server geht nur zehn minuten weil ich das nicht so aufstrecken will weil ich ja selber noch was machen will man junge lass doch jetzt schrei mal nicht so laut bin ich ein vollidiot bin ich ein vollidiot was hab ich gemacht warte ich tippe jetzt wieder da hin ich tippe jetzt wieder dahin so leute ich zeig euch jetzt noch mal schnell im kreativ modus zeig ich euch das ganze alter leute so leute ich geh jetzt schnell noch mal da hin oh mein gott ein hacker ist hier hier ist einfach ein hacker seht ihr das ich bewege mich gar nicht der hackt mich gerade einfach wie kann das warum wollte denn der rad da durch hat er eine meise oh mein gott jetzt versucht das tryharding oh jungen das passt ja was ist das denn ich weiß ja eh nicht mehr was da drin ist Leute wir gönnen uns einfach den cheater damit vereinfachen wir uns das leben oh ich hab ein hack item hier das ist ein illegales item wo gehts wo lang hier gehts nicht lang hier gehts lang na so ein schwein auch versperrt da die wege einfach hier hier lang hier lang ha 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 einfach durch einfach durch einfach durch einfach durch jetzt hat er schon wieder das spiel verlassen ist das ein bastard ich oder die app so und jetzt 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 tryharding ach schade hätte er sein können ich oder die app so jetzt level 3 und das machen wir jetzt ohne ich oder die app ja die app halt muahahaha also richtig richtig unlust so mua ha 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 ok schwierig nein ich hab nur gesagt da geh ich so also da bist du ich bin nur drei da bist du ja ich habe auf dich gewartet naja du musst jetzt den druckplatten finden die dich zum nächsten dies zur nächsten etage bringen du wirst schon sehen wer der boss ist das video geht schon fast eine stunde ich kapiere es nicht so soll erst mal gucken ich denke mal ich denke mal das ist ja gleich der hier vorne oh mein gott du hast es geschafft egal ich hoffe du freust dich jetzt das richtige loch zu finden das hört sich ein bisschen naja ich sag jetzt nichts mehr weiter geht wer guckt mir geradezu warum laufe ich denn hier so langsam also ich weiß es ja aber ich will es euch zeigen ich will als ein ort der taste davon kein loch frei sehr hättest einfach den knopf betätigen müssen hinter dir ich will also in drei du kannst mich nicht loswerden nun da ich dich genug verarscht habe drücke den knopf neben dir er hätte wohl gerne du musst sterben alter läuft bei denen es gab sie keine druckplatte so okay ja jetzt muss ich hier runter oder was ich komme es ist ja das oh mein gott wo geht es lang wo geht es lang wo geht es lang hier oder was hier ist der druckplatte ich will lassen 973 endlich da jetzt musst du nur noch ein loch finden war aber schnell spielersen viel spaß du loser das ist doch easy leute ich zeige euch jetzt noch was weil im endeffekt wäre das passiert sieht man gar nicht weil guck mal ich kann ja einfach rauf und hier ist genau die springecke also ich wäre hier gestorben wäre ich erzählen gesprungen und ich habe es einfach zwei hart geschafft alter das ist ach mister lieblicher spielersen 93 du hast es überlebt zum glück zurück zu lobby und den gewinn bohr bruder ich gönn mir alles ich gönn mir ich gönn mir ich gönn mir komm morgen ist Silvester Junge ich gönn mir einfach 64 mal 64 mal bruder gönn mir okay krass reicht erstmal das war raus hier wieder das wäre jetzt alles gewesen was ich zu diesem video sagen wollte ja auch da haben sie schon keinen bock mehr ab und ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video tschau tschau